Innovitas AG. Innovitas produziert mit Aufzeichnungsfahrzeugen hochauflösende georeferenzierte 3D-Bilder und stellt diese den Kunden als Video-Web-Service zur Verfügung. Besitzer von Infrastrukturanlagen können dadurch ihre Straßen oder Bahnlinien hochpräzise und zuverlässig ausmessen und analysieren, ohne dabei den Verkehr zu beeinträchtigen. Zudem entsteht ein erheblicher Effizienzgewinn und somit eine Kosteneinsparung. Die eigenentwickelte Technologie konnte auf dem nationalen Markt in kürzester Zeit etabliert werden. Die sogenannten Infra-3D-Produkte sind bereits in diversen Schweizer Städten, Kantonen und Gemeinden erfolgreich im Einsatz. Zudem setzen diverse Bahnunternehmen in der Schweiz auf die Vorteile der führenden Technologie und nutzenden Produktivitätsgewinn. Die Erschließung des internationalen Marktes ist in vollem Gange und erfolgt nach dem Lizenzverfahren. Nimmst den bestehenden Produktlinien im Aussenbereich plant Innovitas aktuell die Entwicklung eines Produktes für den Hochbau. Innovitas AG, Herrn Christian Mayer. Strassen und Schienen bedeuten einen absoluten Lebensnerv unserer Volkswirtschaft. Tagtäglich kümmern sich Tausende von Personen um Unterhalt, Betrieb und Weiterentwicklung solcher Infrastrukturkorridoren. Eine komplexe Aufgabe, ein immenser Kostenblock. Und genau dort setzt Innovitas an und hat dank ihren hochtalentierten jungen Schweizer Ingenieuren Infra-3D erschaffen. Und lassen Sie mich nun kurz Infra-3D erklären. Mit Infra-3D sind sämtliche Personen in der Sekundenfrist an jedem gewünschten Ort ihrer Strasse und Schiene. Und dies dabei erstklassig informiert. Hochauflösende 3D-Bilder versorgen sämtliche Arbeitsplätze und setzen jeden Anwender perfekt ins Bild über die aktuelle Situation. Per einfachstem Mausklick, Simplify, lassen sich danach sämtliche Rauminformationen und Geometrien Zustände direkt aus den Bildern ableiten. Hinter jedem Pixel klebt die 3D-Koordinate, das ermöglicht, dass man auch direkt Pläne ableiten kann. Teure und gefährliche Feldaufnahmen auf Schienen und Strassen entfallen. Es entstehen enorme Effizienz- und Kostenvorteile. Unsere Kunden belegen 30 bis 60 Prozent Einsparpotenzial. Infra-3D sorgt dafür, dass knappe Infrastrukturgelder ideal eingesetzt werden. Das Innovitas-Team sorgt für die maximale Skalierung und innovative Weiterentwicklung dieser spannenden Schweizer Produkte. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit und bin überzeugt, dass Innovitas-Team diesen tollen Preis ganz bestimmt verdient.